Eine 12. Klasse, eine engagierte Lehrerin und ein Reporter mit einer spannenden Frage. Wie wird jeder Einzelne in diesem Klassenraum wohl in 10 Jahren leben? Dann schreiben wir das Jahr 2021. Eine lange Zeit, der kann schon sagen, was dann sein wird. Vor allem, wenn man noch so jung ist und das gesamte Leben vor sich hat, müssen die Träume doch schier grenzenlos sein. Aber ist das wirklich so? Die Sikermünder Gymnasiasten haben sich mit uns auf ein Experiment eingelassen. Sie haben sich selbst befragt, wie sie wohl im Jahr 2021 leben werden und ihre Gedanken in Aufsätzen festgehalten. Herausgekommen sind beeindruckende, sehr persönliche Geschichten, die Sie sich in den folgenden Videos anhören können. Auf der Hälfte der nun vor uns liegenden Strecke wollen wir uns in fünf Jahren alle wiedersehen und schauen, was aus unseren Träumen geworden ist. Untertitelung des ZDF, 2020